Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einem weiteren PQ-Chart-Check. Mein Name ist Sebastian Hoffmann und wir wollen uns heute die Deutsche Telekom genauer anschauen. Aber zunächst wie immer der Blick auf die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung, da alle Aussagen spiegeln lediglich die Meinung von Primequants wieder. Und Sie wissen es, Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind immer risikobehaftet. Schauen wir auf den Chart. Ja, es sah so gut aus für die Deutsche Telekom, denn Ende Mai sind wir mit 18,14 Euro auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2002 geklettert. Allerdings, ja, wir sind jetzt wieder unter diese 2015er-Tops zurückgefallen, was die Hoffnung auf ein bullisches Auflösen dieser breiten Schiebezone, die uns ja jetzt schon mehr als zwei Jahre beschäftigt, deutlich dämpft. Schauen wir auf den Trendchart. Da sehen wir, dass sich die Deutsche Telekom noch in einem Aufwärtstrend befindet. Gemessen an der 200-Tage-Linie sind wir Anfang Dezember in den Aufwärtstrend zurückgekehrt und konnten seitdem knapp 11% an Wert zulegen. Die 200-Tage-Linie stützt jetzt hier knapp unterhalb von 16 Euro. Das merken wir uns einmal, wenn wir uns jetzt den Balken-Chart auf dem Bildschirm holen und etwas mehr ins Detail gehen. Da hatten wir zuletzt eine recht starke Aufwärtsbewegung gesehen, vor allen Dingen der Mai war ein sehr guter Monat. Wir haben hier diesen Schwung mitgenommen, nachdem wir dieses aufsteigende Dreieck bullisch auflösen konnten. Aber wir sehen es hier recht deutlich im Balken-Chart, dass wir diese 2015er-Tops nicht halten konnten, sind per Gap wieder darunter gefallen und steuern jetzt hier auf eine Art Pullback, auf diese obere Begrenzung dieses Dreiecksmusters zu. Wir können hier im Chart noch einen Aufwärtstrendkanal konstruieren. In diesem sind wir jetzt wieder zurückgefallen. Auch das ist jetzt nicht unbedingt ein positiver Impuls. Wir müssen nun auf der Unterseite damit rechnen, dass wir hier zumindest auf die obere Begrenzung dieses Dreiecksmusters noch einmal zurückfallen oder sogar noch eine Etage tiefer bis in den Bereich knapp oberhalb von 16 Euro. Hier eine Abwärtsbewegung sehen. Warum 16 Euro? Da haben wir im Volumenprofil noch eine ausgeprägte Volumenspitze vorliegen. Viel Volumen bedeutet ja immer viele Einstiegskurse, also ein sehr relevantes Level. Diese Marke von 16 Euro sollten wir da runterfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Dann müsste man sogar damit rechnen, dass wir hier mit dem Rutsch aus dem Trendkanal dann sogar neue Verkaufssignale generieren würden. Zunächst aber noch kleine Longchancen im Bereich von 16,60 und dann noch einmal knapp oberhalb von 16 Euro. Allerdings, und das muss hier klar gesagt werden, neue trendfolgende Longsignale hätten wir erst, wenn wir hier aus dem Trendkanal wieder nach oben ausbrechen. Also mindestens über 17,80, besser sogar über 18 Euro klettern würden. Schauen wir uns noch einmal die Saisonalität an. Dafür holen wir uns den Seasonal Chart auf dem Bildschirm. Da sehen wir, dass wir uns momentan noch in einer kleinen Schwächephase befinden. Die dauert noch bis zum 21.06. an. Normalerweise verliert die Deutsche Telekom ja zwischen dem 14. April und dem 21. Juni 4,48 Prozent. Konnte jetzt aber im realen Zeitraum 5,84 Prozent an Wert zulegen. Wir sehen dann aber auch allerdings, dass es dann ab Mitte Juli unter der August und der September eigentlich noch mal schwache Börsenmonate sind. Also vielleicht die Aktie auch dann noch einmal sehr interessant im letzten Börsenquartal. Gucken wir uns noch einmal die Monate detailliert an. Dann sehen wir, dass hier der Juni eigentlich noch mal mit einem Plus von 1,09 Prozent gar nicht so schlecht ist. Wir haben aktuell im laufenden Monat 4,58 Prozent an Wert verloren. Dann auch noch mal der Juli mit 1,06 Prozent recht gut. Dann sehen wir diesen sehr schwachen August mit einem durchschnittlichen Minus von 4,25 Prozent. Also die Deutsche Telekom als Fazit vielleicht. Da sind jetzt erstmal die starken bullischen Signale erstmal verpufft. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie groß da die Enttäuschung ist. Wir hätten noch kleinere Ziele auf der Unterseite, die dann auch als Unterstützung wirken könnten. Da muss man jetzt einfach abwarten, ob die halten. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und weiterhin erfolgreiche Trades.